Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together und diesmal von Kirby's Fun-Pack für den Nintendo, äh, Super Nintendo. Und zwar bin ich Quindowas und mein Partner hierbei ist... Lenio, hallo! Brrm, fiiiit! Kirby! Passte, ja gut. Wunderbar, der erste Spielschatz. Nö, sie haben keine Ahnung von diesem Spiel. Ich hatte es früher auf der Super Nintendo. Kennst du das? Nee, ne? Nee. Ich kenn's. Ey, man kann die anderen Spiele freispielen. Du musst erst auf Spring Breeze, das ist das Leichteste. Cool. Du könntest das so machen, du hast immer einen Schnitt nach jedem Level. Okay. Story. Egal. Scheiß auf Story. New Game. Überbewertet. Shall we explain? Nein. Nein. Nein, lieber nicht. Finden wir alles schon so raus. Nein, brauchst du nicht erklären. Nein! Wir machen es aber trotzdem! Wie geil. Entschuldigung. Okay. Okay! Warte, warte. Noch bin ich nicht dabei. Ah, okay, hier bin ich. Ah, okay. Spring und taum. Au. Nom. Und jetzt muss die Fischkabetter gehen, dann werde ich der Zauberer. Von aus. Yeah! Du kannst mich übrigens auch wieder auflösen, dann bin ich tot. Echt? Lol. Du kannst mich töten. Ah! Scheiß Steuerung. Du musst mich erstmal an die Steuerung hier gewinnen. Ja. Ich spiel mit Tastatur übrigens jetzt. Ich auch. Neuerdings. Bin ich mal hier. Yeah, boy! Kann ich auch rennen? Wie kann ich rennen? Hat das Spiel nur... Hat das Spiel nur zwei Tasten oder sehe ich das richtig? Nein. Warte. Nein, das wollte ich nicht. Gib mir, gib mir, gib mir! Ich will den haben. So. Okay, weiter geht's. Bum, 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 bum. Ich kann nicht fliegen. Ah, hier. Hier kann ich fliegen. Und Kirby ist einfach super niedlich. Ich liebe Kirby, weil das ist... Da darf jedermann, der auch noch so groß ist, wie der Kind sein. Ja. Das ist so richtig... Oh, die Knutschkugel. Oh, ich kann fressen ohne Ende. Fress ihn. Fress ihn. Du darfst nicht sterben, ich darf sterben. Das ist okay. Lass mich reingehen. Kirby's Dreamland. Stirb! Autsch. Gib, gib, gib! Stirb! Schön, ich wollte nur seine Fähigkeit haben. Egal. Entschuldigung. So, wir machen das so. Friss... Und dann gib mir... Gib... Der hat sich selbst getötet. Schön. Gib mir die Fähigkeit an mich weiter. Okay. Warte. Bob, 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 Bob. Uzza! Zerkibbel! Und jetzt holst du dir den neu. Jetzt haben wir nämlich beide wieder voller Energie. Boah, ey, die Steuerung ist hier zum Kotzen. Ah! Hast du denn wenigstens einen Controller? Nö. Auch das, der Tour. Yo. Controller ist überbewertet, kostet viel zu viel. Ja, ehrlich mal. Yay, Bombe! Boom! Stirb, du mehr! Ja! Bam! Komm. Ich glaube, du kannst hier auch in Mass werfen, die Dinge. Du kannst einfach bam, 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 bam machen. Ja, hier! Zack! Wala, wala! Bam, bam, bam! Ramblin mit Ding Dong! Und überhaupt... Nö! Ey, ich knall dich ab. Geh mir mal aus dem Weg. Coolen Leben. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin offscreen. Offscreen dabei! Ich komm ja schon, ich komm ja schon, ich bin da. Ey, das sieht doch hier voll Kirby's Dreamland-like aus, Mann. Das ist ja auch Kirby's Dreamland. Das ist Kirby's Dreamland gerade. Echt? Kennst du den Boss? Ja, der spuckt so Engpfe runter und so, bam. Ja, das ist Kirby's... Das ist das... Diese Teile, das sind alle Kirby's... Alle Kirby-Teile nacheinander. Spiel mir. Echt? Im Kurzdurchlauf. Ausschnitte davon, ja. Bam. In's Gesicht. In's Gesicht. Und ich bin Tanzvoll-Off-Sync dazu. Yay. Du verdreifachst dich, ist ja langweilig. Ja, ich brauch das nicht. Warte, das laufen. Die sind immer lustig, das ist lustig. Guck mal. Ja. Okay, gut. Erstmal die Angel verschlungen. Bam. Lass mich den Karate-Mann werden. Saug ihn auf. Gib mir die Fähigkeit des Bombermanns zurück. Komm mal zurück. Schmeiß mir die zu. Was? Ja. Bombermanns! Rumble-Everding-Dong! Was war das? Lebst du doch, du lebst doch, komm. Enrage! Tschüss. Ach. Egal. Enrage ist vorbei, los geht's. Ich brauch auch meine Fähigkeit. Ich bin immer auf Enrage. Ich brauch auch meine Fähigkeit. Ich wollte nur mal sagen, dass ich tot bin. Egal. Ich brauch eine Fähigkeit. Wie kann ich hier rennen? Ich kann hier nicht rennen. Doch, zweimal in Richtung oder so. Irgendwie kann man rennen. Egal. Scheiß drauf. Und? Das Ding und dich. Oh. Es gibt ja auch eine Menge Kapital, in der man nichts aufsaugt. Hol ihn dir. Fuck. Doch, jetzt. Komm wieder. Hier, zack. Yeah. Ich dir erst mal so ein fetter Schneebad, ey. Komm. Erst mal so ein fetter Schneebad, los geht's. Das klang jetzt. Ich bin auf Enrage, komm. Ich mach alles tot. Yay. Yay. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Okay, du bräuchtest mal ein Element so langsam. Ja. Wegen Boss und so. Der hier. Hol dir sein Element. Hol dir sein Element, ja. Dafür müssen wir den erstmal kriegen. Warte, er hat kaum noch Energie. Lass mich das machen, lass mich das machen. Jojo. Er zeigt uns ein Arschloch. Ich mach. Das ist nix. Hol dir sein Element, ich greif ihn extra nicht an. Je, das war nur eins. Egal. Let's go. Bam, alle weggehauen. Ist dir mal aufgefallen, dass Kirby eigentlich voll das eklig brutales Spiel ist? Ja. Alle aufpressen, alle Gegner aufpressen. Allein schon die Beweggründe, warum man... Oh, küss mich. Ja, ich hab das jetzt gemacht. Die haben sich geküsst. Ohne Scheiß. Allein, ähm... Die Beweggründe, ähm... Allein die Beweggründe... Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Nee, irgendwie nicht. Autsch. Chill. Bäm. Allein die Beweggründe, warum man, ähm... Ja. Du stirbst. Wenn du stirbst, ist es vorbei, ne? Also... Wollte ich nur gesagt haben. Ja, klar. Ja. Gut gemacht. Ende. Nee, ist ihm aufgefallen. Story, ne? Weißt du, was die Story gerade ist? Ich weiß sie, glaube ich noch. Ich glaube, die Story bei dem Teil war, dass Kirby sein Essen weggenommen werde und er jetzt auf der Jagd nach seinem ganzen Essen ist. Und am Ende mit dem Schloss, was er isst, wegfliegt. Joll. Ein ganzes Schloss. Ich glaube, das ist die Story. Kirby tötet ein ganzes Volk, eine ganze Bevölkerung tötet er nur, weil er essen will. Für Kinder. Nein, 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 nein! Was tust du da? Allein schon am Hit. Da unten, links. Am Hit. Ich bin wieder runtergefallen. Ey, du lebst ja doch nicht. Warte, warte, warte. Entzieh mir mal meine Fähigkeit. Geh mal zurück, geh mal zurück, geh zurück, geh zurück. Du kannst irgendwie meine Fähigkeit wegnehmen. Probier mal aus. Du kannst mich töten. Yay. Nein, das solltest du nicht machen. Gib mir, hol mich nochmal wieder. Äh, hier. Egal, dann nicht. Doch. Ich nehm jetzt die Fähigkeit hier. Nein, lass sie doch. Ich wollte nicht der Eismann sein. Ich wollte der Klingenkerl sein. Der da. Link wollte ich sein, ja. Den kannst du haben, hier. Nimm. Nimm, bevor ich's nehm. Let's go. Blade Knight. Ah. Win. Der ist nämlich richtig cool. Hol dir die Energie. Ja, super. Kissen uns. What the fuck, ey. Kein Dienesgedöns, bitte. Das ist ein Kinkspiel. Ein Kinkspiel. Das ist die Gayland-Sion von Kirby. Das ist die Gayland-Sion von Kirby. Das ist Kirby's Gayland. Gib mir die hier. Scheiße, du musst vorgehen. Ich bin gleich tot. Okay, ich geh vor. Rett du mich. Nein. Küssen wir uns, kommt. Ah. Was? So ein Scheiß. Wie ich gucke. Was ist los? So ein Scheiß-Wert gefahren. Ich mach schon. Nein. Lass mich dein Ritter sein. Ich mehr die Fähigkeit. Autsch. Okay. Hab ich mich gerade gezeigt? Cool. Kann ich wirklich in keine Rolle reingehen. Ich verrecken, ey. Dann müssen wir, glaube ich, fliegen. Warte mal. Äh, spring mal kurz. Warte, ich hänge mich an dich ran. Ich muss mich dafür an dich ranhängen. Oder umgekehrt. Oh, nein, nicht sterben. Du bist doch so jung. Spring mal kurz. Ja. Ähm. Egal, dann fliegen wir so rüber. Ja, ne. Kannst auch ohne. Sieht voll affig aus, wie ein Kerl fliegt. Das ist voll. So ein Schwert ist ein Flügel, weißt du? Oh, das Auge. Das kennst du auch noch aus Köpfen. Ja, klar. Das kommt doch später noch in so einer Wolke. Ja. Danach. Mit Stacheln, ne? Wenn du selber wenig Energie hast, ne? Dann löscht mich einfach wieder. Okay. Ich schrotze dich aus. Ist dann egal. Hauptsache. Nein. Solange wir gewinnen. Solange wir gewinnen, hol dir deine Fähigkeit. Nein. Ich bleib hinten, ich bleib hinten. Mach ihn down. Los. Das reicht nicht so weit. Hatch. Der war genau durchgeschlagen. Rimeleime ding dong. Das war jetzt der Halbboss. Aber ein schönes Spiel, oder? Das ist doch echt nett. Ich find das voll schön. Yo. Let's play together. So wieso ich schon mal was sagen. Let's go. Den dem Mann willst du, den willst du. Hol dir seine Fähigkeit. Nein. Das war die ultimative Fähigkeit gerade. Und ich bin übrigens, äh, kaputt. Bam. Danke. What the fuck? Ich bin Magicka. Magicka. Ich bin der Emero. Seranello. Warum tötest du mich immer? Töne ich doch gar nicht. Ich will das Eis hier haben. Ich gebe dir einen Knopf, mit dem du mich töten kannst. Doch. Mit irgendeinem Knopf kann man mich töten. Was machst du da? Nimm mir meine Ha... Nimm mir meine Fähigkeit weg. Schnell. Warte, warte, warte. Oder saug den da auf. Warte. Warte. So. Jetzt ignoriere, ignoriere. Jetzt saug das da. Saug da. Saug das. Nimm auf, gib mir. Okay. Wow. Nein. Epilepsie. Okay. Mach erstmal weiter. Spiel mal alleine weiter. Warte doch mal. Warte, warte. Spiel mal alleine weiter erstmal. Warte, warte, warte. Den da oben holst du damit. Ich kann die Fähigkeit nicht mehr wegmachen. Ich kann die Fähigkeit nicht mehr wegmachen. Ich kann die Fähigkeit nicht mehr wegmachen. Ja, dann hol dir der Blade Knight. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, du hast Skills, Mann. Kannst du ruhig, kannst du ruhig. Nein, Autsch. Oh, ich fühlst. Du Fehler. Warte, warte, nein. Ja, hol dir die Fähigkeit. Los. Regenschirm, Kirby. Da, kannst du haben. Los, rette mich. Yeah. Jetzt hol dir die Fähigkeit von dem hier. Ja, warte, warte. Ich komm hier nicht an den ran. So, hab ich. Ich hab übrigens die beste aller Fähigkeiten, den Regenschirm. Bekannt aus Zelda, A Link to the Past. Keine Ahnung. Oh, wait. Übrigens, diese Fähigkeit ist useless. Diese Fähigkeit sind useless, diese Steine. Die können nichts. Die können nichts. Doch, die können abwärmen. Abwärmen, mein ich. Nein, ich sterbe gleich. Schnell durch. Ich weiß. Jetzt kommt erstmal der Boss. Lass mich den machen. Ja, ich bin hier. Ich hab einen Regenschirm. Was ist gegen Regen? Einen Regenschirm. Nein. Gegen Wolken. Nein. Ich will nicht sterben. Ah, du Fenster. Warum tust du das? Am hit. Du hast den gegen mich geschleudert, du. Nein. Ja. Jetzt hol. Schön. Er spielt die Leben. Wenn wir Game Over the Game gehen, das Spiel von vorne los. Ich wollte es nur mal so in den Raum stellen. Warte, scheiß Steuerung ist das hier. So, jetzt aber. Saug auf, gib mir. Saug auf, gib mir. Ja. Nein. Runterschmeißen. Schön. Egal, ich spiele eben als Regenschirmmann weiter. Bin ich ein bisschen... Oh, du hast zwei gleichzeitig. Jetzt musst du drücken, dann kriegst du per Zufall einen. Vielleicht kriegst du voll den Geil. No, Regenschirm. Regenschirm Action. Regenschirm auf Doom. Danke. Ich bin ein Stein. Boom. Wie will ich den jetzt als Stein besiegen? Regenschirm auf. Du machst das. Irgendwie. Ich bin ja auch besiegbar hier. Guck mal. Hier wurde eine Statue für dich gebaut. Okay. Attacken! Ich hab ihn, ich hab ihn. Nein. Ihr nehmt meine Fähigkeit hier. Den Regenschirm. Regenschirm Power. Ich bleib bei der Steinfähigkeit. Stopp! Bam! Sauber. Stein auf Doom. Der tanzt, ey, geil. Einfach nur mal irgendwo wieder. Der hat echt... Das Ding ist, der hat ja nicht mehr Hände, ne? Der ist, äh... Ja. Oh Gott. Als Stein. Gegen die, gegen die, die, die. Als Stein. Geil. Das war nicht erst mal alle Bosse wiederholen. Stimmt, da war was. Oder wir gehen einfach weiter. Wey. Boom. Erst mal gegen die Wand fliegen. Yey. Ich bin ein Stein. Boom. Bam. Warte, warte, da ist noch was. Geh wieder rein. Komm, ich geh hier rein. Nein, nein. Bomben. Bomben auf Doom. Bombenstimmung. Ja. Boah, pass mit. Guck dir mal die Fähigkeit am besten. Warte, hier. Dann kannst du dir ne bessere holen. Ne bessere? Die Bombenstimmung. Jetzt geh hier rein. Geh hier rein. Komm, geh hier rein. Ich wollt nur die haben hier. So. Ich bin... Der Juno-Bomber. Hier sind gute Fähigkeiten. Oh, hier ist ein DDD. Was? Los, los, los. Los. Angriff, angriff. Wir schaffen ihn. Stirb. 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 Der kann gar nichts mehr machen. Guck dir das mal an. Stirb. Das ist ne gute Kombi. Stirb. Stirb. Nein. Der hat mich getroffen. Bam. Ja. Granate auf Doom. Epilepsy. Yay. Schönes Spiel. Standbild. So, jetzt die Story. Guck's dir an. Sein Schloss wurde zerstört. Was macht Kirby? Erstmal Siegestanz. Ohne mich. Geil. Story. Gib der Story mal ne Chance. Er geht essen. Guck. Ich sag's dir. Kirby geht das fressen. Der verliert doch voll essen, Mann. Das ist, guck dir den Abspann an. Deswegen hat er ne ganze Völkerschicht umgebracht. Das kann man gar nicht so schnell lesen. Hiro, Tetsuya, Hitoshi, Tetsuya. Egal. Du kannst ja mal jetzt nen Schnitt machen. Ja, ja, ja. Wollte ich gerade. Wir sehen uns morgen wieder oder so. Ja, wollte ich gerade. Wollte ich gerade. Ey, jetzt hast du in die Aufnahme geflatscht. So, warte. Nee, nee, nee. Egal. Leute, bis zum nächsten Mal bei Kirby's Funpack Together. Man sieht sich. Das war die erste Mission. Und ja. Quindoras und... Oh lolol. Lenyo. Ja. Hallo. Abschieden sich. Ciao. Abonniert mich. Ciao. Nochmal. Okay. Ganz schnell was vergessen hier. Boom. Dex. Wow. Oder so. Abonniert mich. Das... Du Fedder, nicht mit meinen Videos. Klar. Sie abonniert ihn. Nein. Ich mach nur Spaß. Sie abonniert mich, abonniert ihn. Next time. Yo. Okay.